Nee, DZ ist ja nicht DZ ist ja nicht DZ ist ja nicht Ich hab keinen Bock auf C.U.D Und Nili nahe da ist, dann geh ich in Minecraft fern Ha GANGURU Nein Wichtig Auf diesem Server sind keine Fahrzeuge erlaubt Was ist das denn scheisse Server Ich hab alles eingestellt, ich hab keinen Bock Da, da auf die Viecher immer davon Ja Weil wenn du irgendwo Ein Kilometer in der Nähe bist, laufen die Viecher immer davon Und du mit dem Quad rumfährst Was willst du mit dem Quad rumfahren? Was ist das? Kauft euch selbst ein Quad, dann könnt ihr... Oh, oh oh Die greifen mich an Was? Die greifen Kengurus an Komm her Oh Komm her Oh, ich hab gar keine Pistole dabei Ich hab Nein, nicht das Zelt Jetzt nehme ich das Zelt in die Hand Wow Ja komm Au Du Drecksau Ja und jetzt, hm Jetzt blutest du Scheißviech Und nochmal Fall um Boah Jetzt kommt das andere auch noch daher Komm, boot 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 nein es muss ich nachladen zwei kängurus habe ich angegriffen habe ich sich übergeballert muskel herz lungenflügel rechts und es ist die kugel durchgegangen kängurus super schuhe und ich habe ich wie getroffen wollte den kopf schießen aber am rücken getroffen wenn du kängurus siehst wo dort steht leicht oder egal was und aggressiv dann greifen dich an wenn du in der nähe bist